Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Modus. Wir spielen ein bisschen abschlussbestätigt auf Nuketown. Wir sind einmal ich, den dürftet ihr ja kennen, der ist ja sehr fame. Dann noch der Markus. Ja, hallo. Darauf lachen wir eine Runde später, nach dem Let's Play. Dann der Lars. Der noch nicht im Spiel ist, weil er so ein scheiß PC hat. Ey, Leute, ich mach jetzt mal Pumpkan. Und der Bastian, aber der ist eigentlich nur so ein... Ohhhh. Ich schau mir, das muss jetzt sein. Mach mal Pumpkan. Ich hab grad nicht gehört, was du gesagt hast. Da war nur so ein Pedder, der mich mit seiner Cup 40 genommen hat. Oh, die Cup 40. Ja, die Cup 40. Das ist schon... Oh, jetzt auch noch S-Mine. Oh, ich krieg nen Anfall. Der Fabi, der Fabi, der kommentiert immer wie so ein Moderator auf RTL. Ich bin RTL-Moderator. Nein, Spaß. Ey, das ist dieselbe Lobby wie eben, ne? Sicher? Nein, 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 nein. Björn ist dabei. Ja, aber... Haben wir überhaupt Gegner? Ja, haben wir. Einer ist... Einer ist... Hallo Björn. Hallo Björn. Hallo Björn. Hallo Björn. Ihr müsst auch Björn Hallo sagen, sonst wird er enttäuscht. Boah. Alle zusammen gehen... Na! So ein Pumpkan-Spacken. So ein Nu. So ein Pumpkan-Spacken. Ja? Wolltest du auch noch ne Pumpkan spielen? Du kannst zu machen? Ja, du τηνfsam. Depending. die die aber er hat das nicht die Hörte kommen das ist eine Art gekommen Prozent Prozent der Spielsamer der der Niklas war das der Niklas war verdammt das Scheißspiel ist das ein Scheißspiel Niklas wurde so nicht erzogen Niklas, Niklas antwortet mir nicht warum wohl ich glaub der ist mir noch kopfgedruckt was er grad gehört welchen Anfall ich krieg boah Leute die spawnen überall die Dreckskacke 2 zu 7 das ist ja sogar für mich scheiße und zwar extremst scheiße und da hab ich kickfree in den Arsch gekickt haha 2 2 was auf ey die das ist nicht zu fassen ja ich hab 2 3er Kante hey 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 lol meine Kante ist besser als Fabi trotz Müll diese Schandgang Schandgang ja Schandgang wir haben neues Wort Lars ich kann dir mal erklären warum du einmal weniger gestorben bist als ich weil es bei dir so der Abs geleckt hat dass du wahrscheinlich irgendwie in so ein äh Verbindungen unterbrochen wo du verfallen bist nein und äh deswegen nicht getötet werden konntest ja irgendwie mag ich die Lobby nicht alter Björn ist dabei und Niklas auch hab mal Respekt ja ja das ist nicht ein Argument ich glaub hinter uns kommt jemand gut dass hier kein Kämpfer sitzt Abschuss bestätigt so ja 4 zu 6 so das ist natürlich jetzt nicht ganz so das was wir wollen aber wow 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 oh man ich krieg wirklich nen Anfall bei den ich hasse diese Lobby nein ich hätt fast nen Hellstorm gehabt der Niklas schon wieder ich werd die ich werd hier bescheuert oh man ich hasse diese Lobby wie die Boah das so nen Shotgun-Loop ja den hab ich grad umgelegt für dich Markus nur für dich oh dankeschön fühl mich geärbt oh man ich schien ich grad mal wunderschön auf einen kommen und nen Fenner den wir den wegnimmt kein Problem Markus mit jedem mit allen Problemen wirklicher Art kannst du jederzeit zu mir kommen oh 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 nein ich dachte du hättst den Fabi ja sorry kein Problem bin ich Jesus nee du bist aber nah dran Zitat aus keine Ahnung wo war das bei dieser Frau mit dem Gott oh das war Aiming Dale ach so ich bin Gott naja nicht wirklich ich bin aber nah dran ach so hast du Häuser aus Mathe ja also der Typ mit der Shotgun der regt mich auf das ist so ne kleine Hurentochter so lustig fand ich den eigentlich gar nicht ich hab voll gelacht keine Ahnung ich hab's dir immer wieder gern gesagt also Leute wir sind halt leicht zu belustigen nein das weiß ich irgendwas oh man war der Shotgun trifft der richtig oh hallo ey mich seit neuestem auch der hat mich mal umgeblutet boah der hat die auf Gold und holt mich jede 3 Sekunden mich auch ich hab 8 zu 13 oh was war das denn jetzt mein Menü funktioniert irgendwie nicht ich bin nicht so ha ha leergeschoss auf ehrlich Aiming Dale ja ehrlich ich muss jetzt meine Klasse per Pasterkur auswählen ja das ist natürlich scheiße oooo fick die Henne ich will nämlich jetzt auch schon ganz spielen ich hab keinen Bock mehr auf die scheiße oh ne der ist schon wieder ich 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 ok das hat sich gelohnt eh wenigstens hab ich so'n scheiß Geschütze auseinandergenommen das ich habe in den Arsch gekickt wo so so oh nein nein ah schluck das du kleines Kind du das war ein Kill wie aus dem Bilderbuch oh ne Drohne äh Lehrbuch wollte ich sagen das ist fast ne Dragonfire Scheißteile nicht was hat ne ja d 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 er steht da in der Ecke direkt vor mir und ich falle einfach neben ihn ey das gibt es nicht die sind überall wir spawnen und die sind im Haus d 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 gerade und Prozent die sich jetzt nicht aber man sich nicht sagen ich habe den Kugel in die Fresse gejagt was soll denn das oder das ist alles gerecht wieder geschätzt Prozent vor Ort gibt es doch nicht die E-Sendung Tarnia hat er will ich runter das ist mit der Skar so einfach ja was heißt er hat er er hat ich bin entdeutscht das Spiel keine Sitzung und der Tarn-Heli war so auf dem Kopf von dem ich war so was von auf dem Kopf von dem nein, hab ich nicht mehr oh ne da ist ein Scheiß Geschütz ey wir müssen das Geschütz von denen auseinander pflücken Scheiß das Geschütz hat mich schon gelegt abgeschossen ey geil das war ein Doppel das ist bei dir doch nicht so ungewöhnliches was denn wirklich ist doch boah dieses Geschütz ne? ja man kann nicht mehr freiespielen weil dieses Scheiß Geschütz da ist da ist dieses Drecksgeschütz nein klar, das ist, ich glaube es auch Niklas du bist ganz cooler was? ne? ja dieser Niklas hier ja ich dieser Niklas der Mensch ey ich hab das Geschütz mal auseinander genommen wir verlieren wir verlieren wir verlieren wir verlieren wir verlieren ich hab grad irgendwas gesehen das da aus feindlicher Blitzschlange gibt oh man jedes mal wenn du einen killst kill dich der andere du schaffst das irgendwie nie mehr als einen Scheiß kill also seitdem Basti irgendwie mein Spiel mit drin ist habe ich viel weniger Kills als es ist tut mir leid ey ist euch mal aufgefallen ich mach was jetzt hat voll viel Komplimente du lässt mich doch mal auf eine Band ja aber zwischendurch Komplimente Boah dieser AGR der oh Gott das war grad so ein Scheiß kill von mir bin ich froh dass ich nicht aufnehme oh Gott war das grad der Esmine der letzte kill? der letzte kill war der Esmine fuck ist das scheiß süß naja ich kann noch relativ zufrieden sein im Gegensatz zu ihr ja ok das bin ich meine Freunde das bin ich Hallo Fabian tschüss boah 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 wenn diese Esmine da vor den Treppen liegen und du wirfst dich dann hin und wirfst dich aber auf die Treppen töten die dich trotzdem so ne Scheiße Leute warum fallen wir nur um wieder aufstehen zu können und das war's fürs Video ne klar ja ok gut ja Leute ciao ihr klickt auf andere Videos in unserem Kanal rein und wir sagen tschüss mit ös